Morgen Seekräuter und morgen Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen euch die Orkan vorstellen und zwar den neuen T8 Premium Zerstörer für die Pan-Europäer, den wir jetzt testen dürfen. Und das erste, was hier man sofort sieht, sind ja deutliche Lightning-Ähnlichkeiten. Wir haben vorne zwei Geschütztürmer mit zwei Rohren und hinten ein Geschütztürmer mit zwei Rohren. Macht sofort die Charakteristik, man sieht auch in der Mitte, ein Torpedowerfer, das ist ein ganz klarer Gundede, so einer wie die Smallhand eigentlich auch sein sollte, tendenziell eher, sagen wir mal so. Auf jeden Fall ist die Smallhand eher ein Gundede als die restlichen pan-europäischen Zerstörer, die im Forschungsbaum drin sind. Prägungsschiffe sind ja immer so ein bisschen speziell, so ist das auch hier. Und ja, wir wollen ja einmal kurz das optische Modell angucken. Panzerungsmäßig können wir uns das hier eigentlich sparen, weil es ist eben ein Zerstörer. Also nichts Großes, Besonderes in dem Sinne, wo man jetzt sagt, ja, da ist eine Ziladelle dabei oder so ein Kram. Nee, nee, das ist ja alles nicht so. Es ist aber auch keine 1 zu 1 Kopie der Lightning, das muss man auch ganz klar sagen. Wollen wir hier kurz mal gucken. Ja, 19 Millimeter ringsherum und obendrauf die Aufbauten. Also anfällig für jede HE-Granate und ja, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Ich schicke euch jetzt direkt ins Gameplay, ist recht kurz und deswegen gibt es die ganzen Infos dann kompakt zu diesem Zerstörer. Und da sind wir auch schon im Gefecht. T7, T8, T6 Gefecht. Also sind wir hier top tier zur Einsortierung des Gefechts. Trefferpunkte haben wir hier 18.500 bei dem Zerstörer. Das ist voll konkurrenzfähig. Wie gesagt, das ist ein Lightning-Rumpf. Das war mal ein Zerstörer der britische Marine, der dann an die polnische Marine verkauft wurde. Und ja, deswegen landet er hier bei den Pan-Europäern halt und hat aber die Optik der Lightning sozusagen und auch viele der Eigenschaften. Wie gesagt, die Trefferpunkte sind soweit identisch. Ich habe hier nämlich den Experten der Überlebensfähigkeit mit reingebaut. Deswegen habe ich hier mehr Trefferpunkte. Artillerie haben wir drei Türme. Azzurora sagte eingangs schon. 120 Millimeter. Vier Sekunden Ladezeit in meiner Skillung. Da ist die Schießgrundausbildung schon mit drauf. Deswegen ist da eine halbe Sekunde schon runtergegangen. Neun Sekunden für die Drehung. Das heißt, wir müssen uns da auch keine großen Gedanken machen. Die Türme drehen alle drei um 360 Grad. Also komplett easy mit den Guns. Muss man ganz ehrlich sagen. Ganz klarer Fokus da drauf. Hier bei dem Zerstörer auch. 95 Meter horizontale Streuung. Alpha Damage der HI-Granate ist 50 Punkte höher als der bei der Lightning. 1750. Brandwahrscheinlichkeit habe ich hier 10%. Ich habe die Signalflaggen schon drin. Stock 9% ist ident. Sprengmunition. Durchschlag 19 Millimeter wird dann in Zukunft wahrscheinlich 20 sein, wenn das Update durch ist. 092. Bei den AP-Granaten Standardabprallwinkel 2250. Auch da haben wir 50 Punkte mehr als bei der Lightning. Und ja, Max Reichweite ist ein bisschen kürzer, als das da die Lightning hat. Wir haben hier 11,6. Lightning ist bei 12, ja. 774 Meter die Sekunde. HE und AP ist also kein Unterschied. Besonders haben wir hier, das seht ihr vielleicht in der Mitte, wenn ihr ganz genau hinguckt, eine Sekundärbewaffnung. Da, wo sonst bei der Lightning der zweite Torpedowerfer ist. Eigentlich heißt es, dass die Orkan, die ja eben früher in der polnischen Marine unterwegs war, oder in der britischen und dann an die polnische verkauft wurde, oder weitergegeben wurde. Eigentlich sollte da ein Flugabwehrgeschütz sein. Die Sekundärbewaffnung, ja, ist es ja am Ende. Das wird ja bei World of Warships anders eingerechnet, sozusagen. Man kann ja Sekundärbewaffnung dann auch in die Flak mit reinrechnen, obwohl man sie als Sekundärbewaffnung benutzt. Also, weiter geht es eigentlich schon mit den Torpedowerfern. Wir haben hier 70 Sekunden Ladezeit. Wir haben nur einen Werfer mit vier Rohren. Die Torpedos schwimmen 12 Kilometer. 76 Knoten sind die Torpedos schnell. Das ist ein ordentlicher Wert für diese Stufe. Wir haben halt eine Ladung sozusagen weniger als andere Zerstörer auf dieser Stufe. Flugabwehrwert kannst du eher vergessen. Der Wert an sich, die 27, ist zwar besser als das, was die Lightning hat, aber wenn wir uns den kontinlichen Schaden angucken, haben wir 85, während die Lightning 100 hat. Und bei der Lightning habe ich noch nicht mal geskillt, was ich jetzt hier vergleiche. Wir haben hier zwei Granatenexplosionen bei der Orkan. Bei der Lightning ist es wiederum nur eine. 5,2 ist die Reichweite. Das ist auch ganz normal und auch nicht anders. Ich weiß nicht, ich würde die Orkan bestenfalls gleich von der Flugabwehr einschätzen. Nicht irgendwie groß besser. Ob da eine zweite Explosion ist oder nicht, ich glaube, das macht dem Träger nichts aus und der kontinuierliche Schaden ist zu vernachlässigen. Macht die Flak aus, lasst euch bloß nicht erkennen. Das ist so die Parole, die hier so zu befolgen gilt, wenn man mit dem Zerstörer unterwegs ist. Höchstgeschwindigkeit 36,8 mit Ceramic-Flagge, 590 Meter Wendekreis. Hat mir richtig gut gefallen. 3,7 Sekunden Ruderstellzeit. Ihr seht es. Die Manövrierbarkeit ist ganz cool. Der Zerstörer ist sehr kompakt. Typisch Lightning. Die Lightning macht mir auch relativ viel Spaß bei den Briten. Also von daher, ja, richtig launy sozusagen. Macht richtig Laune. Ja, Erkennbarkeit zu Wasser. 5,5 Kilometer. Top-Wert. Kann man überhaupt nicht meckern für ein Gundi-D. Ja, das sind nur 100 Meter mehr als eine Kagero, die auf der gleichen Stufe unterwegs ist und mit auf Torpedos angewiesen ist. Windig ordentlich. Macht auf jeden Fall auch da wieder diesen Akzent zu mehr Spaß. Ja, ist das einfach. Lufterkennbarkeit 2,5 Kilometer. Ist also einfach, euch von Flugzeugen entfernt zu halten, wenn ihr sie rechtzeitig auf der Minimap erkennt und so. Gucken wir uns schnell noch die ganzen Geschichten an. Die Verbrauchsmaterialien seht ihr ja unten schon. Wir haben hier einen Motorboost, der 8 Prozent bringt. 120 Sekunden aktiv ist im Premiumverbrauchsmaterial. Dann haben wir die Reparaturmannschaft, die mit der India-Delta-Flagge zusammen 222 Trefferpunkte wiederherstellt. Ich habe ja auch den Experten der Überlebensfähigkeit geskillt. Das alles spielt da eben rein in diese Reparaturmannschaft. Deswegen ist die so gut. Wir haben zehn Sekunden, 222 Trefferpunkte, sind wir dann bei 8.880 Mal, kann ich gut rechnen, Trefferpunkte, die wir im Maximalfall wiederherstellen können. Und dann haben wir zu unserer Überraschung kein Nebel, sondern Radar dabei. Siebeneinhalb Kilometer Reichweite, 20 Sekunden Wirkungsdauer. Und das sehen wir jetzt hier auch gleich im Einsatz. Da kommt die TN61 von Questa C um die Ecke. Er hatte mir selbst danach noch so geschrieben nach dem Gefecht. Ey, das war unfair. Du hattest Radar dabei, so nach dem Motto. Hat da wohl wahrscheinlich nicht mit gerechnet. War auch, ja, war einfach eine geniale Situation aus meiner Perspektive. Ich konnte den Nebel der Benzen ausnutzen. Er steht hier im Radar, fährt dann auch optimal Breitseite für mich noch. Wollte wahrscheinlich die Torps absetzen oder so was in der Art. Oder hat dann natürlich auch noch Beschuss von meinen Verbündeten dabei. Ja, jetzt geht da für mich zu, weil das Radar gerade ausgelaufen ist. Das sind hier halt eben nur diese 20 Sekunden. Merkt man relativ zügig. Und dann fahr ich vor, deck ihn auf, kann ihn jetzt dann da rausgannen. Das ist, wie gesagt, eine optimale Situation. Hat ein T8 DD tatsächlich, ein T6 DD rausgenommen. Ist ein unfairer Vergleich ein bisschen. Ja, aber ihr konntet die Funktion von diesem Radar jetzt mal so ein bisschen erahnen. Für den einen oder anderen ist das ja mal was, was man sehen möchte. Ja, allgemein, wie gesagt, ein sehr dynamischer DD. Macht extrem viel Spaß. Wollte die Türme eben super schnell durchdrehen. Also diese 360 Grad Wände ist ultimativ stark aktuell, finde ich. Ja, die Flak, die ist eher so ein echtes Problem, sagte ich eben vorhin schon. Aber ich möchte euch noch ganz kurz ein bisschen sagen, wie ich diesen DD jetzt hier geskillt habe, damit ihr so ein bisschen einschätzen könnt, wie die Leistungsfähigkeit des DDs hier ist. Also wir haben hier die Hauptbewahrungsmodifikation drin. Ist typisch klar, ich will die Torpedowerfer und die Hauptbatterie eben überleben. In Slot 2 Maschinenraumschutz. In Slot 3 die Zielsystemmodifikation für weniger Streuung der Hauptbatterie. Und die Torpedowerfer drehen dadurch auch noch ein bisschen schneller. Dann habe ich hier die Antriebsmodifikation eingebaut, um beim Beschleunigen eben Zeit zu sparen, nämlich 50 Prozent der Zeit, die sonst benötigt werden würde. Und eben die Tarnsystemmodifikation, um diesen Superwert von 5,5 Kilometer hier zu erreichen. Dazu habe ich die beiden Brandflaggen, India X-Ray und Victor Lima drauf, sowie für die Torpedowerfer oder die Torpedos Juliet Whiskey Una One, um die Wassereinbruchwahrscheinlichkeit ein bisschen zu erhöhen. Dann haben wir November Foxtrot für eine schnellere Bereitschaft der Verbrauchsmaterialien. Sierra Mike Höchstgeschwindigkeit. India Delta ist hier eine wichtige Flagge, um eben so viele Trefferpunkte wiederherstellen zu können. Und dann die Anti-Deto Flagge hier, die sich auf eine gute Idee immer sehr gut macht. Darüber habe ich noch einen Kapitän geskillt. Hier blende ich euch auch alles ein. Seht ihr nebenbei, vorrangiges Ziel, präventive Maßnahmen, letzte Anstrengung, Adrenalinrausch. In der dritten Reihe bin ich dann jetzt schon Expert der Lebensfähigkeit, Schießgrundausbildung, Inspekteur und eben den Tarnungsmeister. Ich denke, ihr wisst, was die ganzen Sachen bedeuten. Gerade wenn ihr euch solche Ausblickvideos hier anguckt, dann seid ihr ja quasi schon an den neuen Content interessiert. Und ja, das Gefecht hier ist relativ eindeutig. Nachdem die Ideen raus waren, ging es relativ zügig, wie ich persönlich fand. Jetzt wird hier halt die Gruppe noch gepusht. Die Schiffe, die hier noch sind, die alle auf einem Fleck fahren. Die Colorado ist sich der Situation nicht so ganz bewusst. Ich überrasche sie jetzt. Sie fährt weiter rückwärts. Die Torpedos sind saumäßig schnell mit ihren 76 Knoten. Ist halt heftig. Ja, auf der anderen Seite muss man das auch ein bisschen relativieren. Das sind jetzt vier Torpedos. Die Colorado wird von allen vier Torpedos getroffen, seht ihr jetzt. Wir haben nur einmal Flutung dabei und es sind am Ende ein bisschen mehr als 20.000 Schaden, die da jetzt hängen bleiben. Ja, Alpha Damage der Torpedos sind 10.700. Also es ist, naja, es sind halt keine super Torpedos. Das waren bei den Pan-Europäern halt auch so nicht gewesen in der Vergangenheit. Von daher, naja, passt schon in das Bild. Ich danke jetzt für eure Zeit, dass ihr sie euch genommen habt und ihr die Orkern euch mal angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, Glocke drücken, nicht vergessen und dann, ja, freut mich auf das nächste Video, auf das nächste Livestream mit euch. Haut rein, ciao, ciao, euer Stickhautz Team, euer Andi. Tschüss.